Ich bin vor der Show hier nochmal, ich habe, hey, ich habe einen eigenen Computer. Ja, take this. Ne, wirklich, eigen Computer, Laptop. Geh nochmal so die Texte durch. Sitz vor meinem Laptop, geh alles durch. Kommt mein Sohn rein. Bolle. In mein Arbeitszimmer, gelangweilt wie immer. Dose retze, Bolle. Ziehen Sie in den Kniekehlen. Ey, Jobe, was geht ab, Alter? Tja, der redet immer so komisch, ne? Hey, chill mal weg, Alter, chill mal weg. Ha, Lul, chill weg, chill weg. Sagt aber immer von mir, ich würde komisch sprechen, ne? Ich sage, ja, Bolle, das sind ganze Sätze. Egal. Er kommt rein, Computer steht da und setzt sich... Und, alles echt. Und setzt sich mit seinen Hintern auf meine Schreibtischkante. Setzt die Dose retze Bull ab. Ich sage mal, Bolle, pass auf, wenn die umkippt und ihm... Tja, zu spät, kippt die Dose um. Gange retze Bull über meine Tastatur. Versickert alles. Kennt ihr das? Es passiert zu schnell, um zu reagieren, aber langsam genug, um zuzugucken, wie alles versickert. Es ist fast philosophisch. Du bist gefangen zwischen zwei Augenblicken. Es ist wie wenn deine Schwiegermutter vom Balkon fällt. Du bist nur zwei Meter entfernt, aber dein Gehirn hat schon berechnet. Das schaffe ich nicht mehr. Die hat schon ein Bein in der Luft. Die ist schon gefüllt im dritten. Du schaffst es nicht mehr. Alle Daten weg. Was machst du? Gute Frage. Du haust deinem Sohn einen Bleistift ins Auge. Da versuchst du irgendwie die Daten zu retten von denen. Und das ist ja schwer heute. Wir verlassen uns auf diese kleinen Computer, Festplatten, Einsen und Nullen. Und ich meine nicht mein Sohn, nein. Wir haben bei uns im Dorf so einen jungen Typen, so einen Computer. So ein Nerd. Nerd. Das ist ein Begriff, ne? Nerd. Englisch heißt keine Freunde. Nerd. Bringst du den Computer hin. Konnt nix mehr machen, ne? Und dann kommt Familie, die versucht, meine schlaue Familie, die versucht zu helfen. Meine Tochter so, Saskia, musst du trocken föhnen. Das entzieht ihm die Feuchtigkeit. Ich sag, was du in der Hand hältst, ist ein Glätteisen, du dumme Nutz. Ja, aber was machst du? Und während ich mit meiner Tochter diskutiere, kippt meine Frau Hilde Reis auf die Tastatur. Ich sag, was machst du denn? Ja, das entzieht ihm die Feuchtigkeit. Ich sag, aber doch kein gekochter Reis, Mann. Wie doof bist du denn? Ja, aber... "...mäßig?isch L EVERYBIN, du dummeNsteil, du dummeNsteil, du dummeNsteilyこれ, ich sag, was du demoehnen, von dem 227 von Hamburg. Vielen Dank.